Neu Pendlersohn, also dann ein Asap Aldama Enkel, der über die Mutterlinie auf den Rüden Furubodigliachei zurückgeht, der ja seinerzeit als sehr guter Verehrer bekannt war. Der Rüde hat sich über die ganze Saison auf jeder Schau hervorragend präsentiert, genauso wie heute. Er ist von wünschenswerter Größe 64,64,5, besonders typisch ausrufsvoll, sehr geprägestark, knochenkräftig und äußerst harmonisch aufgebaut, ohne jegliche Übertreibungen. Stabil in der Hinterhand, korrekt in der Front zeigt er hinten und vorne gerade tretend, weitausgreifende, sehr kraftvolle Gänge, die er sehr harmonisch vorträgt und zwar in jeder Gangart. Für mich der überzeugende Sieger dieser Klasse und ich hoffe jetzt, dass er uns noch eine schöne Ehrenruhe zeigt. Applaus